Was ist die Lärchensporn-Tinktur? Die Lärchensporn-Tinktur, dabei handelt es sich um einen alkoholischen Auszug vom Lärchensporn, speziell eben von der Speicherknolle, die man jetzt nicht sieht. Das ist die frische Pflanze Lärchensporn. Sie soll sich bewährt haben oder soll sich bewähren bei der schlimmen Erkrankung Parkinson. Wissenschaftlich ist da leider Gottes wenig bewiesen. Ich habe das in Arzneibüchern hin und wieder gelesen, dass, wenn man gar nicht mehr weiter weiß, es ruhig probieren sollte mit der Lärchensporn-Tinktur, mit den Lärchensporn-Tropfen, die man tropfenweise einnimmt über einen längeren Zeitraum. . Vielen Dank.